Hallo Freunde und Willkommen zu der Gewinnspielauslösung. Ich habe die Teilnehmer, die auch wirklich einen, sag ich mal, netten Kommentar reingeschrieben. Habe hier reingetan und arbeite mich für den Einer. So und jetzt werde ich hier wieder auf diesen schönen Button klicken, der entscheiden kann, wer von diesen fünf Kandidaten gewinnt. Das werde ich hier in 3, 2, 1 gewonnen hat LBG mit Jan. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das Intro wird dann gleich für dich fertig gemacht und ich hoffe, es gefällt dir natürlich. Und ja, schade für die, die halt jetzt nicht gewonnen haben, aber ich werde in Zukunft halt noch mal ein paar andere Intro-Gewinnspiele halt noch machen und das halt wenn ich dieses Jahr, wenn ich dieses Mal jetzt nicht gewonnen habe, gewinnt ich vielleicht auch das nächste Mal. Wir sehen uns halt beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.